Meine Frage, habt ihr Bock auf eine Schießerei? Nee, das ist immer stinklangweilig. Komm bitte, rumballern macht immer so viel Spaß, oder? Nee, wir lassen uns nicht mehr provozieren, ich schwöre. Hat aber doch bisher immer Astrein geklappt. Wir haben euch doch immer super provoziert, oder? Damit ist jetzt Schluss, wir reagieren einfach nicht. Okay, also deine Mutter ist so fett, die benutzt eine Matratze als Tampon. Dafür fange ich keine Schießerei an, echt nicht. Gut, anders. Du und deine Kumpels seid so schwul, ihr braucht in eurem verpissten Blockhaus keine Heizung. Das ist homophobe Hetze, du Nazi-Hete. Guck mal hier! Ihr tragt alle drei solche Damen, machen Taschen, ihr Schwulis. Woher weiß er das? Damit schwuttelt ihr den ganzen Tag rum, schminkt euch und damit f***t euch. Dauernd gegenseitig in den A*****n, ihr Trümmertunten, ihr warmen Susis. Circa eine Stunde später. Oh, Kinder, das ist doch wieder scheiße langweilig. Ich wette, wenn wir einmal treffen, sind die sofort weg. Probiert mal ganz gezielt auf die Typen zu schießen, so mit Treffen, ja? Ich bin mal kurz auf dem Pöttchen. Mein Job! Zerwalt, ihr Kopf! Schnell weg hier! Ist so gefährlich! Hat geklappt. Prima. Da wird Zorro aber staunen, wenn er vom Kacken zurückkommt. Gib Jumi! Machen die auf einmal mit Treffen, ey! Und denen haben wir vertraut!